Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diese neue Handelswoche gestartet. Der Markt ist nicht wirklich positiv in die Woche gestartet. Wir traden im Moment, haben wir ungefähr 21.800 US-Dollar. Wir haben gestern über den Weekly Close gesprochen, warum es extrem, extrem wichtig war, wo er schließt. Wir schauen uns jetzt sofort an, wo er auch geschlossen hat, was das eventuell für die Woche bedeutet. Wir haben sowieso eine sehr volatile Woche wahrscheinlich voraus mit den FED-Daten, mit neuen Zinserhöhungen, mit Inflationsdaten, mit was weiß ich was. Auf jeden Fall kommt viel auf uns zu. Könnte eine interessante Woche werden. Sehen wir vielleicht trotzdem die 27.000 US-Dollar oder gehen wir straight runter Richtung 18.500. Schauen wir uns alles an. Wie gesagt, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr auf jeden Fall für jedes Video benachrichtigt. So, würde sagen, wir starten jetzt durch auch. 21.900 US-Dollar. Ihr seht hier, wir haben hier ein bisschen Support gefunden jetzt in dieser 4-Stunden-Demand-Zone, nachdem wir eigentlich übers Wochenende schön in dieser einigermaßen schönen Bull-Flag konsolidiert sind. Wir sind durch die 4-Stunden-Email-Ribbons mittlerweile gefallen. Also im Endeffekt wenig, wenig Änderung weiterhin, wie gesagt, diese Bull-Flag voranbringend. So, was ist mit den Weekly-Close geworden? Wir schauen uns den Weekly-Close einfach mal genau an, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ziehen wir das ein bisschen hier raus und da können wir sehen, wir haben gestern gesagt, 22.500 US-Dollar wäre extrem wichtig, dieser Close. Und wir sind genau an diesen 22.546, genauso wie dieser Close, also beziehungsweise das High damals war, genau da sind wir geclosed. Für mich eher ein Zeichen der Unentschlossenheit. Es ist nicht sonderlich bullisch, bullischer wäre es gewesen, meines Erachtens, wenn wir ungefähr in den Bereich der 23.000 US-Dollar geschlossen hätten. So haben wir genau an diesem Punkt geschlossen, somit auch kein wirklich signifikant höheres hochgebildet. Das ist für mich, ehrlich gesagt, bearish zu werten, nicht wirklich bullisch. Deswegen, kurz nachdem der Weekly-Close vorbei war, ging es dann auch schon bergab. Wir haben die 4 Stunden E-Mail-Ribbons gebrochen, wir haben sofort ein bisschen mehr Volumen reinbekommen und sofort kam dieser Dampf zustande, beziehungsweise diese kleine Korrektur. Deswegen gehe ich weiterhin eher davon aus, dass wir erst einmal noch in diese Region hier unten weiterhin gehen in Richtung der 21.000 bis ungefähr 20.700 US-Dollar. Warum? Hier unten liegt weiterhin der 200-SMA, wir haben das Golden Pocket, wir haben den Abtrend. Also ihr seht hier, die Bestätigung ist relativ groß, beziehungsweise sehr, sehr viel Support in dieser Area. Bricht dann natürlich diese Zone mit, ich bin ehrlich, wenn dann lieber ein Daily-Close darunter, weil 4 Stunden Fake-Out kann immer mal sein und dann gehen wir doch hier wieder hoch. Mit einem Daily-Close, dann vermutlich gehen wir Richtung 18.500. Wäre jetzt meines Erachtens weiterhin das bearish-Szenario. Kriegen wir jedoch hier unten, so wie wir es gestern schon besprochen haben, wirklich ein bisschen mehr Volumen rein und bilden hier ein schönes, keine Ahnung, vom News-W-Pattern, könnten wir wirklich hier einen neuen Anlauf starten und wieder in Richtung 24.000 oder sogar 27.000 US-Dollar steigen. Momentan sieht es eher danach aus, bin ich zumindest davon überzeugt, dass wir eher hier unten unseren Bounce kriegen. Das passt vom RSI hier unten relativ gut, nachdem der RSI schon mittlerweile bei 40 ist. Würde das ganz gut passen hier in dieser Region hier irgendwo, dass wir uns hier zumindest unseren Bounce erfolgen. Wir haben jetzt erstmal noch Support bis 21.570 US-Dollar. Wir schauen uns jetzt nochmal den Traders-Reality-Indikator an. Wer schon ein bisschen eher in so eine Long-Position rein will, wir haben noch eine Vector-Candle bis ungefähr 21.278 US-Dollar im 4-Stunden-Chart. Das ist das erste Ding, wo ich sagen würde, okay, kurz davor lege ich mal eine Long-Position rein, um hier dann möglicherweise dann schon einen Bounce zu sehen. Also hier in dieser Region, Bounce würde auch wiederum ein bisschen, je nachdem wie lange wir jetzt noch brauchen, wieder mit unserer Bull-Fleck hier übereinstimmen und dann vielleicht, dass wir hier schon unseren Bounce kriegen. Was man natürlich dazu sagen muss, die Zone hier unten ist echt sehr, sehr viel. Also wir hatten auch gestern ganz kurz das Thema in der Gruppe. Klar, hier unten ist wirklich viel, viel Confluence. Das heißt, mit dem Golden Pocket, mit dem 200 SMA, mit dem Abtrennen, mit der Demand. Es sind vier Punkte, die hier unten übereinstimmen, was schon wieder eigentlich zu offensichtlich ist. Deswegen werde ich auch versuchen, hier, je nachdem wie sich der Kurse zweiter entwickelt, wirklich schon mal ein bisschen eher Long zu gehen, mit einer kleineren Position. Hier unten dann die größere, sag ich mal, erst triggern zu lassen, sollten wir überhaupt runtergehen. Aber normalerweise ist das, was am offensichtlichsten ist, wird meistens nicht passieren. Und hier unten ist einfach meines Erachtens wirklich zu viel. Auch wenn ich weiterhin davon überzeugt bin, dass wir hier auf jeden Fall runterkommen könnten. Trotzdem weiterhin Vorsicht, wir haben jetzt erstmal hier die Bestätigung der alten Range. Wir haben die Bull Flag, die auch noch ein bisschen Support gibt. Also hundertprozentig würde ich jetzt nicht sagen, dass wir hier runterkommen. Es würde passen grundsätzlich, aber erster Step wären jetzt die 21.400 US-Dollar, wo die Vector Candle ist, plus die Bull Flag. Das sind die ersten Support-Zonen, brechen die, dann werden wir wahrscheinlich eher in die Region um 21.000 US-Dollar fallen. Dann wird es wichtig, Daily Close, nicht unter dieser Zone oder einer Bestätigung darunter. Ansonsten 18.500. Das ist jetzt erstmal so der Gameplan für heute. Richtig Bullish sieht es noch nicht aus. Wie gesagt, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag ist dann wieder FOMC, also F-O-M-C, mit der FED und sowas. Also da müssen wir jetzt mal gucken, ob eventuell Rezession ausgerufen wird, was das wieder Einfluss für die Märkte hat. Im Endeffekt ist aber eine Prozentzinserhöhung von 0, oder von 75 Basispunkten, ist eingeplant in die Märkte. Wenn jetzt doch 100 Basispunkte erhöht wird, dann könnte es wieder ein bisschen kritisch werden. Aber gut, darüber machen wir uns dann am Mittwoch oder Donnerstag Gedanken. Schauen wir einfach mal, was so vom Markt erwartet wird. Soviel zu Bitcoin auf jeden Fall. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum hat nochmal ein höheres Hoch gebildet, noch mehr eine Bearish Divergence im Endeffekt ausgebildet. Also ihr seht es hier, wir haben hier unten einen deutlichen, deutlichen Widerstand, beziehungsweise kommen hier nicht drüber und bilden weiterhin eine Bearish Divergence. Die Kurse steigen zwar hier immer mit höheren Hochs, aber auch mit deutlich, deutlich weniger Volumen. Für mich auch hier erstmal ein kleines Dump-Szenario. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir hier wahrscheinlich nochmal ein höheres Hoch bilden könnten. Haben wir gemacht, aber nicht immer haltet sich direkt hier ganz hoch, aber wir haben ein höheres Hoch gebildet. Darum ging es eigentlich. So, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons geben momentan noch Support. Sollten wir die Zone brechen, werden wir wahrscheinlich erstmal hier unten in die Region um 1.460 US-Dollar runterdippen, weil hier zwischen einfach nichts mehr ist. Wir haben hier einfach nur frische Luft, hier in diesem Bereich hier. Da werden wir wahrscheinlich einfach durchfallen. Deswegen 1.360 US-Dollar wäre so der erste Step. Ansonsten kommt dann auch das Golden Pocket bei ungefähr 1.222 US-Dollar. 200er SMA, Golden Pocket, ehemalige Range, wo nochmal bestätigt werden könnte. Also auch hier wieder eine Menge, Menge Support. Wobei Ethereum momentan sogar ein bisschen stärker aussieht als Bitcoin. Deswegen eher so diese Range hier unten. 1.320 bis 1.360 wäre so die erste Zone, wo man sich dann gegebenenfalls einen neuen Long-Einstieg suchen könnte. So, dann. Cardano hat gestern mal ein bisschen Schub gemacht bis auf 0.53, dann aber auch sofort wieder abverkauft worden jetzt am Abend. Nächster Support wäre jetzt sofort hier beim 200er EMA auf dem 4-Stunden-Chart und bei 0.48305 wäre jetzt der erste Support. Dann hätten wir den Pump, den wir gestern gebildet haben, wieder 1 zu 1 aufgefüllt. Fehlt auch nicht mehr viel meines Erachtens nach hier. Volumen weiter abnehmend. Bearish Divergence haben wir keine momentan. Also wir haben auch kein höheres Hochgebild. Also im Endeffekt hat sich wenig bei Cardano getan. Deswegen noch nicht am Ausflippen hier. XRP, auch hier weiterhin eher den Support und eher so ein abfallender Trendkanal. Bullflag würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu sagen. 200er SMA und Abtrend haben wir ja schon drüber gesprochen. Und es gilt weiter hier dieses Szenario, wo wir einfach in unserem Ascending Triangle weiterhin konsolidieren. Und jetzt aber auch irgendwann das Breakout folgen sollte. Also das behalte ich jetzt mal im Auge. Ob wir hier noch eine größere Long-Position aufmachen. 200er SMA abtrennt. Also da kommt jetzt schon einiges zustande. Wir haben die 4 Stunden E-Mail-Ribs zwar nach unten hindurchbrochen, aber trotzdem der Trend ist weiterhin standhaft. So, dann habe ich euch ja in den Kommentaren gefragt, welche Altkunst ihr wünscht. Ich glaube Christian, ich weiß es gar nicht mehr, oder Erik, einer von beiden hat sich Blocktopia gewünscht. Ich weiß es jetzt so von gestern, sorry, wenn ich jetzt einen von euch beiden den Namen vertauscht habe. Sorry, ist nicht böse gemeint. Hat sich Blocktopia gewünscht, ob man da gegebenenfalls neue Einstiege erkennen könnte. Also traden, ganz ehrlich, so Low-Caps trade ich nicht. Ich trade kein Lossless, wo ich euch schon vorgestellt habe. Blocktopia trade ich auch nicht. Wenden hier jemand Geiles auf Spot-mäßige Einkäufe. Also die Bodenbildung sieht schon meines Erachtens relativ gut aus langsam, dass hier der Boden langsam reinkommt. Es ist ein Low-Cap. Also klar, ihr müsst euch sowieso bei so Low-Caps immer darauf einstellen, dass das Ding auf Null gefallen kann. Und im Endeffekt, wenn wir so eine konstante Bodenbildung haben, sieht das schon relativ gut aus. Aber ich würde jetzt hier auch nicht, keine Ahnung, Millionen von Dollar oder Euro oder sowas reinstecken. Es ist ein Low-Cap, das muss jedem bewusst sein. Trotzdem meines Erachtens weiterhin gute, sage ich mal, Nachkaufmöglichkeiten hier in diesem Bereich. No financial advice by the way. So, dann, wenn ihr Bock habt auf andere Altcoins, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Dann schauen wir uns das im Laufe der Woche wieder an. Letzte Woche ist ein großer Altcoin-Update. Habt ihr ja, glaube ich, schon gesehen. Ansonsten kann ich euch das nur empfehlen. Wo sind mögliche Einstiegspunkte auch für Spot-Käufe? Schaut es euch gerne an. Dann schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Werden Tools benötigt, um Bitcoin wirklich privat zu halten? Sehr, sehr interessanter Artikel. Mal ein bisschen ins Technische vielleicht auch reinzugehen. Wen es interessiert, gerne bei CryptoGuru vorbeigucken oder später in die Telegram-Gruppe, wo ich euch den Artikel noch posten werde. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Montag, einen guten Start in die Woche. Wenn irgendwas passiert, kommt ihr in die Telegram-Gruppe. Da werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn irgendwas ist. Oder mögliche neue Trades oder sonstiges. Ja, soviel zu mir. Wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.